Sooo... Stopp! Ich muss das Wichtigste machen. Sooo... Was gehen wir jetzt machen? Blau, Blau oder Gelb? Gelb. Blau. Welches Blau? Hell oder Dunkel? Hell. Äh... Dunkel. Teil uns... Irgendwie liegst du immer falsch. Äh... Sie müssten... Darüber. Sicher können wir uns irgendwie mit diesem Flugding dahin? Warte mal... Du hast gesagt Hellblau, ja? Ja? Ne, dunkel. Na gut, das ist eigentlich beides gleich. Kistanienhain oder so. Ja, da müssen wir hin. Aber das kann man hier nicht... Aber wenn man auf M geht, dann so... Sichere Reise. Aus dem wollt hinlaufen. Wie? Kann man sich hin tippen? Ja. Geht auf die Karte, dann bei diesem Kist... Und schön. Aufklippen und... Ja. Passt halt nur ein bisschen was. Das ist egal, ich hab 29.000 Gold. Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe... Ich habe... 27.000. Verwandtungs-Elixier Eisbär. Aber da ist noch was. Bei der sexy Hexer. Ich habe auf euch gewartet. Äh... Wo sag ich jetzt? In Kastanienhain oder so. Seid gegrüßt. Grüß dich. Irgendwo auf der Map. Seid gegrüßt. Wenn du auf der Map bist... Äh... Links... Musst du über der Map gehen. Über der Map. Die Map. Ich habe einfach bloß dieses blaue Ding angeklickt. Bei der Map. Ein guter Tag. Mhm. Ah doch, ich sehe euch. Äh... Wo bin ich denn jetzt? Hm? Hast du das hellblaue gemacht, oder? Ja, und jetzt bin ich tippet worden. Äh... Okay. Was wollt ihr? Jetzt spreche ich mit so einer buchlesenden Hexe. Ach, Aufwertung der Stigma-Fertigkeiten. Okay. Machen wir natürlich. Ich... Ne, ich wurde auch teleportiert. So. Es ist... Arjons Liebe und Assfels Führung. Hm. Aber schön gemacht hier. Mhm. Kann man sich nicht beschweren. Wir sollten vielleicht mal auf Tyrox warten. Seid gegrüßt. Ja... Ich verstehe es nicht. Ist immer noch... Für Asmodee. Seid gegrüßt. Stigma... Äh... Stigma-Training ist das, oder? Äh... Ja. Bei mir steht da... Talk to Idris. Also... Ja. Bei mir auch. Also die Frage ist jetzt... Äh... Wo ist Eri? Ihr werdet tippet? Was? Mit wem habt ihr da vorher gesprochen? Äh... Der in der Mitte. Äh... 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 Es könnte genauso gut Elysäa sein. Ihr habt es in der Hand. Ihr lenkt Asmodees Geschicke, so wie es Helium für Elysäa tut. Bringt ihn zur Strecke. Nur so könnt ihr Asmodees Untergang verhindern. Hm... Okay. Äh... Du hast jetzt quasi... Äh... 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 Wir haben diese Hellblaue Quest jetzt, dieses Stigma-Training. Ja. Dann bist du doch in so einer Art Thron, äh... Saal teleportiert. Ja. Dann sprichst du, äh... In der Mitte mit dem. Dann links mit dem. Dann rechts mit dem. Und dann mit der, der auf dem Thron sitzt. Und dann musst du noch nur tippet. Toll, wie kromme ich da jetzt wieder zurück? Wie zurück? Ich bin jetzt da auf dem Himmel. Ja, da bin ich auch gerade. Ich hab da... Ja, ich kann da nicht reden. Hier steht bei mir diese Ageia, mit der rede ich gerade. Die hat mir ein Video gezeigt. Jetzt kann ich nochmal mit der reden. Ja, aber ich hab die, äh... Das Seite kommt jetzt reden. Achso. Jetzt bin ich quasi auf dem Himmel und kann nichts machen. Versuch mal, ob du dich vielleicht zurück teleportieren kannst. Na, in dieser Regierung gibt's keine Landkarte. Und kann... Da stehen noch so Leute rum. Deliportiert so Dings zurück. Ist das jetzt das? Ja! Da, an der Seite kann ich dachte ich noch was geben. Da hab ich die C tot gemacht. Okay. Tarax, wie weit bist du jetzt? Kann ich mir auch fahren. Ich komm gerade überhaupt nicht voran. Okay, ich bin jetzt wieder am Thronenseil. Mh, bin ich gerade auch. Äh, so. Seid gegrüßt, Eva. Jetzt muss ich quasi mit der da vorne reden. Willkommen. Da bist du sogar. Hi. Schon wieder weg teleportiert? Ernsthaft? Was denn jetzt? Oh, kommt schon. Ey, wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Wie Lusalan-Festung bin ich jetzt? Ich warte hier auf euch. Denn irgendwie bin ich jetzt, äh, ein ganzes Stück weiter jetzt. Ich hab jetzt Video. Sollt unseren Feinden. Packt es an. Schugos wissen immer. Wer einmal zum Schugo geht, geht nie wieder, äh, hin. Daik, was weiß ich, was steht bei dir jetzt? Ähm, sprech mit Gnalin oder Kukark. Spiel die Belusan die Regionsquist durch in der Reichsstufe 27. Und beschaffe transparente Deva Essenz 10 Stück. Ähm, bei dieser komischen Stigma-Prüfung oder was auch immer. Ja, da sprech mit Gnalin oder Kukark. Äh, ja. Ich bin irgendwie schon... ...bei. Wie vorbei? Ich bin bei, ähm, durch mit Erius. Da ist vielleicht... Gerd, das musst du auch noch machen. Das heißt, du musst noch mal zurück. Ne, die, äh... Sprich mit Gnalin oder Kukark. Mhm. Oder sprich mit... ...Jorsith. Das habe ich irgendwie schon. Echt? Ja. Alter, woher habe ich denn das? Hä, das kann doch gar nicht sein. Oder habe ich das letztes Mal gemacht? Nee. Jetzt muss ich mal ganz kurz... ...gucken. Ne, ich muss das hier drinnen irgendwo machen. Na, da oben bist du, Tarx. Hä? 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 Hä, aber wieso habt ihr mit denen schon gesprochen, wenn ihr genauso weit wart wie ich? Wir haben das ja alle gemeinsam gemacht. Ja, aber... hä? Tarx, hast du schon weitergemacht oder wie? Du hast doch auch gerade, Schatz, du hast doch auch gerade erst das Video gesehen... ...und dann musstest du gegen diesen Helion kämpfen. Ja. Ja. Ja, bei mir genauso. Ist Tarx weiter ins Wir auf jeden Fall. Was für ein Helion. Ey, dann hast du... Hast du die Stigma-Prüfung komplett abgeschlossen? Nee. Dieses... ...Sigma-Training da ist... Ja. Was steht bei dir da? Da steht, sprich mit... ...Irius. Ja, dann musst du quasi wieder zurück zu diesem... ...Ko... ...Seil. Ja, genau das, was ich dir gesagt hatte. Dann bist du noch nicht so weit wie wir. Also wo muss ich da jetzt nochmal hin? Zu diesem Thronseil, wo du grad warst. Äh, ja. Gute Frage, wo ist der? Du musst quasi unten bei diesem Teleporter, da... Ja. Dieses Cam-Kist... ...Kist... Nein, das ist was anderes. Ja, sonst machst du das mal auf Screen. Ihr könnt mir vertrauen. Lebt wohl, Deva. Lebt wohl, Deva. Ihr könnt mir vertrauen. Lebt wohl, Deva. So, wo ist... Okay, also ich hab jetzt noch, ähm, schaffe transparente Deva-Essenz und spiele in Belus' Laden die Regions-Quest durch, bis ich Stufe 27 erreiche. Ja, das hab ich jetzt auch. Das ist, äh... Äh... ...müssen wir... ...dessen... ...komischen Lagerbauer waren. Gut. Weil... ...nach müssen wir war wieder... ...nix zu hören. Zu diesem Kisten-Nyan-Lager... ...wo ich mich jetzt hier teleportier. Okay. Äh... Dann müssen wir jetzt da so komische Dinger bezwingen. Ja, gut. Die halten ein bisschen mehr aus. Ja, gut. Die halten ein bisschen mehr aus. Aber deinen kann ich dafür looten. Aber ich kann deinen looten. Ja, Deva-Essenz. Ja, da brauche ich jeder von uns 10. Tyrox, kannst du den looten? Ne. Ne, hab ich gemacht. Aber schon zwei. Das ist das falsche Ziel. Kannst du den looten? Ne. Tyrox, den musst du hier looten, dann. Bei mir ist nichts drin. Ach, stopp, ich kann auch. Jetzt kann ich. Doch, ich hab... Ich hab, äh, Essenz drinne gehabt. Mhm, ich auch. Hast du den Quest nicht? Anscheinend. Was steht denn bei dir oben als Quest-Star? Nur dieses Stigma-Training und, äh... Wo ist das oder noch? Kannst du den looten? Ja. Ach, mit weh... Äh, ist oben bei dir noch irgend... ...mit dem du reden kannst? Hm, halt nur dieses Ereos da. Nein, ich mein... ...da oben in dieser komischen Stand. Hm, da steht bei mir nicht. Kannst du da noch mit jemandem reden? Das ist halt mehr dieser Obelisk und dann halt noch dieser Faust-Star. Schatz, hier. Hinter der Wand. Ne, kann ich nicht. Ne? Hm. Kann Tyrox den nur looten? Äh, warte mal, haben wir hier nicht irgendwo... Gibt's doch das erledige Quest-Dingens. Ähm, hier. Quest. Fertigkeiten. Krieg. Aktive Quest. Abgeschlossene Quest. Wie hieß die? Ja, Aufwertungs-Stigma-Training. Äh, ihr habt euch mit einem... ...Arch-Schonten der Dämon... ...der Dämmerung getroffen, der euch sagt, dass... ...Poistiv nach euch sucht. Ihr habt euch aufgesucht, die euch sagt, dass... ...Devas, die den Umgang mit Stigmen erlernen wollen... ...Irius und... ...Nunor treffen müssen, um euch... ...zu ihnen... ...um euch... ...zu ihnen schickte. Äh? Was ist das? Ach, das ist so eine Zusammenfassung. Äh... Äh... ...Klicke mal bei diesem... ...Stigma-Training. Da hast du doch oben ein Häkchen, ein Pfeil und ein Zahnrad. Klick mal auf den Pfeil. Ja. Da wird dir die Quest angezeigt. Ja. Und da wird dir gesagt, was du machen musst. Ja, halt... ...ähm... ...das Talk to... ...Finalen oder Kokark, das... ...ist bei mir grau. Talk to Fjordsplit, bei mir auch grau. Und... ...ähm... ...Talk to... ...Erius ist halt... ...ähm... ...Gold. Also die normale Schriftrolle. Ja, dann guckst du, wo das... ...ist auf der Map. Dieses goldene Symbol. Und dann... ...ähm... ...teleportierst du dich mal dorthin. Über den Map-Teleporter. Ähm... ...diese Region wurde nicht... ...halt... ...ähm... ...ja. Dann ist das diese Himmelsregion. Gott, wo waren wir denn, wo wir... ...ähm... ...ähm... ...in diesem Palast teleportiert wurden? War das nicht dieses... ...ähm... ...Kisten... Da waren wir... ...waren wir... ...ähm... ...bei dem... ...bei der Beluslan-Festung waren wir doch, oder? Nee, waren wir bei diesem... ...Kondorus-Lager waren wir. Kiderunus-Lager... Na, wollen wir uns mal hin-tippen? Ja, da gehen wir jetzt mal hin. Weil... ...die Quest... ...wir fehlen zwar noch 3 Essenzen... ...aber die kann ich dann... ...ähm... ...noch locker holen. So, jetzt warten wir auf Tyrox. Oh, Rudolf-Lager? Aha. Ja, dieses Kastanien-Lager-Teil da. Nee, ich gucke einfach, wo ihr auf der Map-Seite... ...und dann gucke ich mich an. Okay. So. So, dann... ...muss du ja hier mit dieser... ...Cesca sprechen. Ja. Halt, äh... Welcome Tyrox, I love flying. Ende. Oh, lol. Äh... Ne, haben wir uns nicht woanders hin teleportiert? Äh... Und zwar ging das nicht. Das ging mit dem Teleporter nicht, wo wir hinwollten. Wo wollt ihr hin? Ähm... Ne, Tyrox, äh... Hast du bei dir auf der... Das war das Kastanien-Lager, genau. Ich hoffe, ihr kommt bald wieder. Haben wir... Ja, da waren wir ja grad... Hast du auf der Karte... ...irgendwo so'n... ...so'n... ...blau... So'n... Ja, sowas, was auch bei dieser... ...Quest ist. Stopp mal hier. Ne. Okay, dann, äh... Hier, Tyrox, komm mal zum Kastanien-Ding. Ich weiß wieder, wo das war. Okay. Also zu dem Camp Kistan... ...Mian oder so. Ja, Kastanien-Lager oder wie das heißt. Kistanian-Lager, ja. Können wir nicht ein paar einfache Worte nutzen, wie Kistanian-Lager? Ja, Kastanien-Lager. Ja, Kastanien-Lager ist okay. So. Ja. Hier oben. Mit der hab' ich gesprochen und die hat mich dann teleportiert in das ähnliche Schloss. Ja, aber... Äh... Ja gut, stimmt. Ja. So, äh... Ich wolle... ...hä? Ja. Wie hast du komplett ein bisschen beendet? Äh... Dann kannst du das wohl anscheinend nicht weitermachen. Das ist ja jetzt auch scheiße. Hast du da unten... Hast du ja wirklich mit allen schon gesprochen, die hier angegeben waren? Weil wir haben mit der hier geredet, äh... ...für diese komische... ...Sorts-Quest. Äh... Jetzt ist er weg. Tyrox? Okay. Dann warten wir auf Tyrox.